Und damit begrüße ich euch, liebe Trudianer, zurück zur 47. Folge von Big Farm Stories. So. Ach man. Wurde noch gar nicht alles fertig geschät. Schade, schade, schade. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Matilda braucht Schokoladenaufstrich. Dafür brauchten wir Nüsse. Nüsse haben wir noch nicht, weil Nüsse noch Zeit brauchen. So, das müssen wir wieder befüllen. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht repariert. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür überhaupt alles da habe. Ja, habe ich. Okay, kann man ja machen. Dann ist das auch voll. Klar kann ich auch angeln gehen. Ich meine, es ist ja ganz praktisch. Ich muss nur was reinwerfen, dann habe ich es. Finde ich es jetzt sinnvoll? Naja. So. Ich kann aber mal meine anderen Fische ganz kurz kontrollieren. Boah, hier ist schon wieder so viel zum Sammeln. Dadurch kriegt man wieder so viele Erfahrungspunkte und alles. Ah! Da ist ein Fisch drin. Das ist auch praktisch. Ich muss nur Würmer reinmachen. Ich muss nur Würmchen reinmachen. So, Steinchen sammeln. Ach, Steine sind voll. Okay. Das erklärt natürlich dann noch das Symbol da drüber. Ist auch voll. Das war bei ihm nochmal. Eisenteile. Genau, ich muss Eisenteile machen. Ha, seht ihr. Ich wusste doch, irgendwas hatte ich vergessen. Eisenteile. Und Nüsse bekomme ich am nächsten Tag. Da war ja was, ne? Dann gehen wir mal ganz kurz ins Haus. Zwölf Eisenteile. Das heißt, da muss ich Eisen farmen. Oh, Mann. Das heißt, ich brauche 20 Eisen. Ja. 20 Stück. Aber hey. Ich darf nicht vergessen, ich habe eine bessere Axt. Alles drum und dran. Oh, und sie haben Regen eingebaut. Na, das ist ja schön. Fünf davon. Das nenne ich dann nochmal praktischer. Oh, meine Äpfel sind auch fertig. Okay. Ah, das muss ich wieder düngen. Ernsthaft? Mann. Immer diese ganze Dünge-Sache. Junge, düngen musst du düngen. Ja, ist doch gut. Halt, das Schaf. Das braucht noch zwei Tage. Aber egal. Wir bringen es mal nach oben. So, dann also ab in den Wald. Vom Wald geht es dann weiter. Ich weiß nicht, ob die Berge sinnvoll ist oder die Insel. Halt, da war. Halt, stopp. Guck mal, was wir hier noch für Pilze haben. Treffe ich jetzt eigentlich mit der besseren Axt besser? Das konnte ich jetzt nicht so hundertprozentig ausmachen. Wir wissen aber, hier kommen wir zu der Insel. Und auf dieser tollen Insel, neben den Pilzen, gibt es hinten auch den Eisenbereich. Wow, wir haben ein Eisen bekommen. Mist. Nicht schnell genug geklickt. Mann. Das war gut. Ja, man bekommt auch aus Steinen das Eisen raus, aber da muss man echt schon Glück haben. Oder es war halt wirklich nur Quest-bedingt, also Aufgaben-bedingt. Das könnte auch noch sein. So kann es natürlich dann auch laufen, dass denn da jetzt doch Eisen dazwischen war. Ja, wunderbar. Aber ändert leider noch nichts an die Tatsache. Wir brauchen 20. Und wir haben jetzt gerade erst mal ich glaube, acht waren es. O-M-G sage ich dazu nur. Aber hier haben wir auch das andere Holz. Was wir brauchen? Hartholzscheite. Also hier kann man jetzt wirklich sehr viel Zeit verbringen und ich muss wirklich sagen, das Spiel hat sich sehr stark sehr stark sehr stark oh mein Gott, es kommen immer mehr Sachen sehr, sehr stark verändert wohlgemerkt positiv also wirklich positiv wo man am Anfang dachte es ist nix halbes, es ist nix ganzes es ist so ein bisschen Handyspiel und so weiter haben sie mittlerweile aber so ich sag jetzt mal krass die Kurve gekriegt auch der Look ist in Ordnung klar, was ich immer noch schade oh Raumsaft was ich noch schade finde dass ich halt nicht in dieser Perspektive spielen kann sondern dass er immer wieder rauszoomt man könnte das so schön machen aber er zoomt halt automatisch raus nach einer Zeit finde ich ein bisschen schade weil es gibt bestimmt auch welche die wollen in so einer Auflösung dann spielen also so nah ran gesoomt oder täusche ich mich da also ihr könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben ob ihr auch gerne so diese Zoom-Funktion dafür ein bisschen mehr hättet weil nur alleine so kann es ja Leute geben oder vielleicht auch der eine so ja klar ich würde dann sagen so wenn wir Gegner erwarten wir hier eh keine wäre mir jedenfalls nicht bekannt dass wir jetzt hier auf einmal dann Gegner haben so schade dass hier nicht noch mehr ist gut hier sind auch halt klar diese einzelnen Pilze und hier kann ich auch noch Fischkörbe aussetzen ist halt auch die Frage wenn man wirklich überall Fischkörbe hinpacken ich meine jetzt ist ja auch das mit der Ausdauer ein bisschen knapp die Ausdauer haben sie echt jetzt merkt man dann doch so da bin ich froh dass ich dann am Anfang mehr auf diese ganze Ausdauersache gegangen bin mal gucken ob wir noch irgendwas in den Bergen entdecken was vielleicht Herze sind ich weiß es gar nicht mehr waren da noch irgendwelche Herze jedenfalls haben wir so schon mal welche gefunden ist ja schon mal gut wächst noch toll da waren Herze ich wusste doch dass hier noch Herze sind nein Trude du hast dich gefragt ob da noch Herze sind ja meine Güte gut zwölf Stück haben wir schon das ist schon mal eine gute Zahl aber immer nicht die zwanzig die wir brauchen gut das gut ist ja auch man könnte jetzt was essen und seine Ausdauer damit wieder erhöhen also auch daran haben sie gedacht ich glaube sie haben sich sehr stark kreativ inspirieren lassen von anderen Farming Spielen und das finde ich auch gut so also es ist eigenständig was einige Ideen angeht definitiv oder alt bekannt ist aus der Serie aber natürlich auch neues dabei und das finde ich vollkommen in Ordnung so dass wir nicht alles finden da ist noch Eisen muss ich sagen jetzt finde ich schade dass man nicht zwei rausbekommt sondern da immer nur einen auch nicht so mit Glück so einen zweiten oder so weil bei Stein hat man die Chance dass da noch Eisen dabei ist und bei Eisen würde ich halt gerne haben ey das ist noch eine Chance dass da Stein dabei äh äh ja Stein dabei ist oder Eisen aber gefühlt ist es halt ja seht ihr da haben wir schon wieder ein Eisen so aber okay gut woher komme ich denn da oben hin da oben ist noch ein Eisen sind sogar noch zwei Eisen na wunderbar uh jetzt wird es aber knapp fünf gehen drauf wenn ich da was mache jetzt habe ich ja die 20 Stück voll darf ich bloß nichts mehr einsammeln und hier oh ich habe ja verschiedene Picknickkörbe na komm auch intelligent gelöst man muss nicht extra irgendwo hingehen oder sowas sondern einfach komm drück auf das Plus und du kannst essen okay oh der Betrag erfreut natürlich meine kleine Farmer Seele mein Farmer Herz äh Tage des Flusses mein Lieber hast du Apfelkompott schon dabei? nein den muss ich nämlich auch noch machen okay ich habe noch was anderes zu pflanzen nope dann pflanzen wir doch die Zwiebeln wieder achso weil es schneit statt regnet okay ja gut ja komm ja lassen wir mal so ne ist in Ordnung wir brauchen halt gerade verschiedene Sachen also wir müssen einmal den Apfelkompott für Leo wir brauchen die Haselnusscreme für Matilda und wir brauchen die großen Eisenteile für das Dach für den Opa und hier die Pfützen sind auch nett kann ich mir in die Pfütze reinstellen eigentlich würde ich mir reinstellen na gut passiert aber nicht wirklich viel wäre auch ein bisschen kleinkariert dass ich da jetzt was Großes erwarte oder so große Eisenteile fünf Stück kann ich herstellen das heißt die zwölf Eisenteile wunderbar dann bringen wir die nochmal ganz kurz zu ihm ja ich hab schon zu viel Wasser mit Tabak klar und hey ich kann mir wieder was Neues kaufen ja 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 ist mir gar nicht aufgefallen dass der da einen Regenschirm stehen hat wir brauchen diese großen Eisenteile bevor wir das Haus für deinen Opa bauen können toll treffen wir uns beim Walter in den Bergen so war das hier wo ich was kaufen konnte genau damit kann ich mehrere Sachen gleichzeitig abbauen achso das Gießen haha das dauert noch verdammt ich dachte wirklich das würde schon passen Mist und hier haben wir dann die ganzen einzelnen Bauanleitungen Mann kriegt mir immer noch was hier waren nur so welche Sachen ach ja 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 nun gut dann gucken wir nochmal ganz kurz bevor es jetzt spät wird dass die Zeit hier weiterläuft Karottensuppe für Ei kann ich den Apfelkompott noch gar nicht hatte ich beim letzten Mal glaube ich schon herausgefunden ne dann würde ich sagen liebe Leute sehen wir uns im nächsten Part wieder dann werde ich mich um den Apfelkompott kümmern ich bedanke mich ganz herzlich bis zum nächsten Mal und ich bin euer Torhaut rein tschö 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 tschö